Deutschland ein Land im Aufschwung dadurch dass wir immer gemeinsam neue Wege gehen Die Existenz eines jeden Mitarbeiters in diesem Land ist gesichert Niemand muss arbeitslos sein Und niemand in diesem Land muss Hunger leiden oder sonstiges Mit dem neuen Programm der Existenzsicherung schaffen wir natürlich Existenzsicherheit Wir suchen zuverlässige Mitarbeiter damit die Menschheit überleben kann In unserem Programm Existenzsicherung geht es darum dass niemand in diesem Land Hunger leiden muss Durch das Programm Existenzsicherheit erhält jeder Mitbürger die Gelegenheit etwas für die Menschheit zu tun Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt das Programm Existenzsicherung vorstellen Und hierfür wünschen wir uns dass wir alle fleißig sind wie die Bienen Ich bin eine Bühne In Deutschland gibt es unzählige Menschen die sich als Bühne berufen fühlen Ja fleißig wie die Bienen denn diese stehen uns in der Zukunft ja nicht mehr zur Verfügung Ach genau, wie快 erstmal, die überträglich würde Durch das Programm Existenzsicherheit erhält jeder Mitbürger die Gelegenheit etwas für die Menschheit zu tun Ach du Scheiße, was ist das denn für ein blöder Affe? Ach, das ist jemand von der Existenzsicherung Okay, dann nehmen wir den mal mit Und wer nicht mitspielt, fliegt halt raus Deutschland, ein Land im Aufschwung Uns sind die Menschen, Bürger, Personen in diesem Land wichtig Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, damit die Menschheit überleben kann Danke Untertitelung des ZDF für funk, 2017